hallo ich wollte heute einfach nur mal ein kurzes video drehen um eure ganzen fragen zu beantworten und zwar erst mal haben ganz viele geschrieben wie geht es dir mir geht gut eigentlich dann hat noch jemand geschrieben wie macht es mit dem schneiden ja da habe ich eine app die heißt irgendwie paint video oder irgendwie so und ja dann haben noch ein paar geschrieben ob ich also ja ob ich die videos mal länger machen kann das muss ich versuchen weil die app macht die bilder immer nur so kurz und ist halt und dann macht sie die videos halt auch immer nur so kurz und dann haben wir noch manche geschrieben neu also ja neu schönes neues jahr und das wünsche ich euch auch also schönes neues jahr